Hurensohn 3er Team ohne Witze Pam So den killen wir Ja ok der ist fast Tor, der ist ziemlich low Den könnten wir auseinander nehmen Ja nice er ist das Tor Nein ich kann auch nicht mit der Angel was machen Weil meine Maus so kacke ist So und hier haben wir Nice, dann kämpfe ich jetzt gegen ihn So, ja ich glaube ihn nice Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Survival Games Auf The Hive auf Breeze Island 2 Und schon mitten im Game Warum das so ist erzähle ich euch gleich erstmal Hier guckt euch an, ich habe einen Steve Skin voll Kette Und eine Steinachs und es gibt auf der Oder in der Runde dieser Neat Gross glaube ich ist das Der hat fast Full Iron und ein Eisenschwert Also das könnte echt lustig werden Jetzt aber dazu warum ich mittendrin einfach aufnehme Also ich habe eigentlich schon die ganze Zeit aufgenommen Nur das Problem ist, dass mein Hund einfach so oft gebellt hat Also Hunde bellen ja dann immer wenn sie einmal bellen Dann bellen sie ein bisschen Also irgendwie keine Ahnung eine Minute lang oder so Kein Plan Und auf jeden Fall ist das dreimal passiert Und ich bin einfach total wütend jetzt auf den Scheißhund Weil der mir die Aufnahme versaut hat Aber ist ja auch egal Und ja deswegen ist es jetzt mittendrin Ich hoffe einfach mal das ist nicht so schlimm Ich bin eigentlich nur zur Mitte gelaufen Habe mir ein bisschen Zeug geholt Und dann bin ich da hinten Das ist Richtung Norden Da kommt man zu so einer Vulkaninsel Die kann ich euch mal zeigen Also da hinten bin ich in den Vulkan gegangen Und da war nur Scheiß Also ihr seht ja was ich so für Müllausrüstung habe Und dann habe ich einen gekillt Der hat 5 Punkte bekommen Der ist weggeschwommen Also das hat nicht wirklich viel gebracht Aber naja So Ja ich hatte eigentlich ein Thema vorbereitet Und zwar war das Arroganz Allerdings schaffe ich das jetzt natürlich nicht mehr in diesem halben Video Komplett zu erwähnen Und außerdem habe ich schon alles erwähnt Und das ist ein bisschen behindert Das jetzt war das nochmal zu sagen Und ich wundere mich grad warum jetzt Refill ist erst Und warum hier kein anderer außer mir ist Und jetzt können wir uns ein Dearschwert machen Nice Aber ich will mir lieber Eisenrüstung noch hier irgendwo Falls es welche geben sollte Nice So Was haben wir hier noch drin Und noch ein Deer Okay wir haben Full Iron Ähm Da ist noch was Oh ich bin grad voll aufgeregt Weil ich nicht möchte dass ich jetzt getötet werde Und Bogen Nice okay wir haben alles was ich brauche Dann craft unser Deer Schwert So Och ich kann nicht craften Ich bin eigentlich so oft zu behindert zum craften Das ist richtig schlimm Ähm Ja ich würde sagen wir gehen jetzt einfach mal an die Route Dann könnt ihr die nochmal sehen Und ich überlege jetzt grad über was ich reden sollte Weil mein Thema Arroganz Ähm Mach ich glaub ich doch lieber in einem Commentary Weil ähm Mir ist aufgefallen dass ich das nicht so wirklich gut erklären konnte Und wir ziehen jetzt mal unsere Eisenrüstung an Das ist ja behindert wie ich hier rumlaufe Das kann man ja keinem erzählen Ähm So und das Ab da Und Bogen auf die 4 Und jetzt können wir schon weiter Und ich glaub ich entleer einmal mein Inventar hier so ein bisschen Und ja Also auf jeden Fall werde ich das wahrscheinlich dann in einem Commentary machen Weil ähm Es ist glaub ich einfacher und besser auch vor allem für euch zum zuhören Wenn ich das irgendwie besser erkläre Und Ja Jetzt brauche ich aber ein Thema was ich erzählen könnte Ähm Ich kann dir mal erzählen Ich hab eigentlich ziemlich gute Mega gute Nicht nur ziemlich sondern mega gute Laune Denn bei uns sind die letzten Also in der Schule sind die letzten 2 Stunden ausgefallen Also normalerweise hätte ich nach der 8. heute Schluss gehabt Das ist das längste bei uns Es geht bis um 3 Und dann bin ich irgendwie halb 4 So zuhause ungefähr Und ja Dies ist ausgefallen 8. und 7. das ist der Nachmittagsunterricht bei uns Und dementsprechend hatte ich nach der 6. Schluss Das ist schon um 13 Uhr Und da freue ich mich total drüber Weil irgendwie ja Deswegen kann ich jetzt das Video aufnehmen Und ich bin relativ ungestört Also von dem Hund Und Ja ich hatte als ich das gehört hab irgendwie so ein leichtes Kribbeln Weil ich Ich hab ne angehört ich schwöre es euch Ähm Ne ich hatte irgendwie so ein leichtes Kribbeln Weil ich mich voll gefreut hab endlich zuhause zu sein Weil ich hab schon mit dem Tag eigentlich abgeschlossen Dass es ein Scheißtag wird Weil er einfach so lange geht Kennt ihr ja wahrscheinlich auch Oder vielleicht auch nicht Aber das ist mir egal Ähm Ja So und jetzt ist es doch ein toller Tag geworden Vielleicht wird es auch eine tolle Aufnahme Mal gucken Weil der Typ der Ähm da Team Die ganze Also im Chat so über Team Sachen schreibt Der Ist auch glaube ich Der super mega gut ausgerüstete Dementsprechend könnte es ein ziemlich gut ausgerüstetes Team sein Und da hab ich nicht so Bock drauf Wenn ich ehrlich bin Und ja Ich versuche einfach mal die auseinander zu nehmen Ihr kennt mich ja Manchmal schaffe ich das da sogar Und Ja So ich würde sagen Wir sortieren jetzt einfach noch ein bisschen hier Das Inventar Solange wir raggen Weil ähm Ein Tipp für mich äh Für euch ist Wenn ihr hier drin seid Dann raggt erstmal Das ist ähm Im Early Game eigentlich wichtiger Also am Anfang vom Spiel Weil ähm Es ist ja so Wenn ihr hier reinkommt Denn Ja wie soll ich das erklären Ich kann es irgendwie nicht erklären Ihr kommt hier von oben rein Und seid ziemlich low Dann holt ihr euch hier die ganzen Kisten Und jetzt könntet ihr rausgehen Aber im Early Game sind dann hier meistens noch Leute Die hier hinten rumlaufen Also Noobs zum Beispiel Die hier irgendwelche Sachen suchen Und dementsprechend wäre es natürlich total dämlich Wenn ihr dann mit low life zu so einem Noob kommt Der dann vielleicht nur mit einer Holzachse bewachnet euch tötet Und ja Deswegen ist mein Tipp eigentlich immer ein bisschen warten Bis irgendwie keine Ahnung Von Ferzen oder so Ähm Weil den Rest könntet ihr eigentlich auch Zwischendurch so ein bisschen reggen Und ein Tipp an sich ist Ähm Ihr solltet Anyone have a diamond? Und ja habe ich Ähm Ein Tipp für euch von mir ist Immer mit Maximal Ähm Sieben Herzen angreifen Hurensohn 3er Team Ohne Witz Ohne Witz Das kannst du keinem erzählen Hier ein 3er Team Schon wieder am Start Wie viele Pfeiler habe ich? 16 Okay interessant Das merke ich mir Ähm Ne ohne Witz Leute Das ist ein 3er Team Ich habe es gewusst Warum spiele ich vormittags? Ne ne Das ist ja 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 Das kannst du keinem erzählen Das kannst du echt keinem erzählen Ich hoffe einfach mal Dass es hier ein kleines Massaker wird Weil Okay der Typ hat mich gesehen Ähm Jetzt habe ich ein Problem Ich werde jetzt einfach versuchen Einen erstmal rauszulocken irgendwie Damit ich den töten kann Zum Beispiel den hinter mir Allerdings hat der glaube ich Die beste Ausrüstung von allen gehabt Und ja Es könnte irgendwie Lustig werden Okay er traut sich nicht alleine Das war Das ist einfach so Pussy mäßig Ein 3er Team zu haben Und dann vor allem noch so Pussy zu sein Und nicht alleine kämpfen zu wollen Ähm Okay ja Shit Ähm Jetzt Jetzt könnte das ein gutes Gameplay werden Rein theoretisch Ähm Pam So den Killen wir Ja okay der ist fast tot Der ist ziemlich low Ja der ist Den könnten wir auseinander nehmen Ja nice er ist das tot So Jetzt haben die sich gegenseitig geschlagen Die Naps Ja ist es natürlich doof Wenn man mit einem 3er Team teamt und man einfach nicht spielen kann So jetzt zurück mit euch Ich habe eine Angel und booste dich zurück Meine Maus ist übrigens ein bisschen kaputt Also ich scroll manchmal zu weit Manchmal nach hinten sogar Deswegen kann es ab und zu passieren Dass ich mich selber mit dem Bogen anschieße Und das ist natürlich ziemlich blöde Wenn ich ehrlich bin So Du bist tot mein Freund Du bist tot Der Typ ist hinter mir okay nice So ich weiß dass er hinter mir ist ja Du brauchst ja gar nicht so tun okay Jetzt ähm Schieße ich den einmal nach hinten Aber jetzt schieße ich auf den Weil der Lower Ist Und ich ihn mit meinen Pfeilen mal treffen müsste So Komm her Komm her Stirb Hau ab Du haust ab Du haust ab Du machst mir fast gar keinen Schaden mit deinem Schwert Du süßer kleiner Boy Das meine ich das meine ich Ich wollte mit der Angel schlagen Und habe den einfach mit meinem Ähm Bogen geschossen Aber jetzt gehen wir halt auf den hier Der mich irgendwie voll gut trifft Und jetzt kommt der andere Ja war klar Ähm Ich muss mir jetzt erstmal überlegen was ich jetzt mache Ähm Es ist ein Noob Team das habe ich gemerkt Die sind beide sehr schlecht Ich habe viel bessere Ausrüstung Ich schaffe die glaube ich Ich bin mal optimistisch und sage ich schaffe die Aber ich will es natürlich auch nicht hier über Über Strapazieren mein Glück oder so Keine Ahnung Ähm Kamea du Ja es war so klar dass er mich zurückbußt Ja los hit er mich von hinten Okay 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 Nein Jetzt könnte ich sie killen wenn sie beide im Wasser sind Und Shit ich habe nicht getroffen Aber ich habe keine Pfeile mehr Okay Okay nein komm her Nein Oh man Es ist so nervig dass ich jetzt nur wenn Keinen Pfeilen verliere Oder Zumindest fast ansatzweise verliere Ja der ist tot Der ist Komm booste mich booste mich booste mich Nein booste mich doch Warum boostest du mich nicht Oh ohne Witz Nein das ist so ein Nubiges 3 Team Und jetzt sind beide low Und wahrscheinlich überleben die beide jetzt noch So das war noch ein Crit Ähm Oh die sind so Nubig Guckt euch das an wie Nubig Kann man sein bitte Ich laufe jetzt dem hier nach Wenn er auf dem Festland ist hole ich ihn ein Locker So komm her Ja komm Ohne Witz Leute das regt mich so auf gerade Das sind einfach solche Nubs und die Guckt euch das an Guckt euch das an Guckt euch das an Wie sie versuchen wegzuschwimmen Komm Ich bin grad so hebelig Weil es einfach so schlecht ist ne Ohne Witz Ich kann das gar nicht kommentieren richtig Oh mein Gott das ist einfach so ein Nubiges 3 Team Ich verstehe es nicht Wie kann man so schlecht sein Ich mach jetzt F3 und B an Und jetzt sammle ich ein paar Pfeile ein Hier ne So Oh jetzt sammelt er die Pfeile ein Cooler Typ Wenn er mich jetzt killt ne Ohne Witz Cool dass er die Pfeile verschießt der Noob Kann ich sie wenigstens einsammeln So ist der jetzt hingeflogen Da hinten ist noch einer drinnen Da oben ist noch einer Und ich muss sagen Ähm Ja es ist ein Noob 3 Team Man hat es glaube ich gemerkt Es ist nicht wirklich schwer auseinander zu nehmen Wenn ich mal ganz ehrlich bin Dann ist es nämlich ehrlich so Okay er hat mich Ach Komm her Sei mal nicht so nubig du Hurensohn Ohne Witz Guck mal er denkt jetzt richtig Er hat dicke Nuggets ne Ohne Witz Das ist doch nicht Guckt euch das an Das ist doch nicht deren Ernst Und jetzt Ich konnte sogar noch F3 ausmachen Der andere Typ ist hinter mir interessant So Nein ich konnte noch nicht mit der Angel was machen Weil es geleckt Äh weil meine Maus so kacke ist So und den haben wir Nice Der ist sogar ein Falsschaden verreckt Der Noob Jetzt laufe ich einmal kurz ein bisschen weg Weil ich keine Lust habe jetzt gegen den zu verrecken ne Das wäre einfach so das Schlimmste Das wäre so richtig peinlich Jetzt gegen so einen Noob zu verrecken Vor allem man merkt richtig dass es ein Noob ist Und ich habe keine Pfeile mehr Okay dann gehe ich mal lieber ins Wasser Oder Nein ich kämpfe jetzt gegen ihn So Ja okay ich habe ihn nice Jetzt bin ich nur ein bisschen low wenn es ins Deathmatch geht Das eigentlich nicht so mega schlimm ist Aber irgendwie doch schon Und ähm Ich könnte einen Goldapfel machen Ich weiß aber nicht wo hier eine Workbench Oh 4 Pfeile nice Ähm Zur Workbench nach da hinten schaffe ich es nicht mehr Deswegen glaube ich suche ich jetzt einfach mal hier Nach einer Workbench Ich kenne mich nicht so wirklich gut auf der Map aus Ich kenne halt ein paar Tietoos und ein paar Chess Roots Ein paar Geheimnisse aber nicht wirklich viel Ähm Der hat auch noch Pfeile Und der hat der TNT Das nehme ich auch mal mit Danke sehr Danke sehr Den Kuchen nehme ich natürlich mit Ähm So das doch da Und ich glaube ich nenne die Episode einfach Noob 3er Team Weil es einfach so ein schlechtes 3er Team war ne Ohne Witz Ist gar nicht mehr normal Und ich habe mich gerade selber angeschossen Das meine ich Dass ich manchmal auf die Angel nicht wechseln kann Und ja So komm her du Legger So du bist auch ein richtiger Barber hier Muss man schon sagen Triffst mich richtig gut Ich glaube das ist nur noch ein Schuss Ein Schuss So du kommst her Mit deinem Eisenschwert Und deiner fast vollen Eisenrüstung Ich treffe ihn aber irgendwie nicht Die Team jetzt wohl hoffentlich nicht gegen mich So er wird zurückgepackt Und das ist natürlich Vorteil für mich Und zack und zack Und das war easy Und ich habe ein 3er Team gefickt Weil es einfach solche Noobs waren Ähm ich glaube keiner Okay die haben doch mehr als 5 Punkte gegeben Aber ist ja auch egal Leute Ähm ich hoffe euch hat die Episode jetzt soweit gefallen Tut mir ein bisschen leid Dass es nicht so mega gut war der Anfang Aber naja ich habe ein 3er Team gefickt Und ja Ich sag einfach bis zum nächsten Mal Leute Haut rein und ciao 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 Outro